Hallo und herzlich willkommen zurück zu... ... in Nackig... Rust... ... nach dem mega... ... nach dem mega... ... wer macht denn nur die Ansage, verdammt? Ja, ich hab... ich war mir schon fast klar, dass ich das machen muss. Also wie gesagt... Ich wollte eigentlich gerade losreden, aber da hast du schon dann angefangen. Ja, das hat mir dann zu lange gedauert, bis du dich ausgeschissen hast. Nee, Quatsch. Also, neue Staffel, wie angekündigt. Genau. Nach einem Mega-Update... ... gerade eben fertig. Neu ist er 1,2 Gigabyte, ja. Alter, und man sieht's schon... ... und da kommt schon der erste Airdrop. Und man sieht's schon, äh, am... ... am Layout des Interfaces, also... ... Level steht links, XP steht links unten. Die Nuss ist ja bekannt, also für Buddy ist das ein Stein, für mich ist das eine Nuss. Die Nuss? Nuss? Und drüben, der... der Energiebalken, der... ... der Trinkenbalken und der... ... aber Hungerbalken sieht auch ein bisschen anders aus, finde ich. Und ich finde, grafisch ist es mehr ein bisschen optimiert. Ich renne jetzt zu dem Airdrop, scheiß drauf. Nee... Nee... ... ich baue erst mal ein bisschen Stein ab. Wir lassen sich erst mal hier jetzt hier bissl farmen, und wenigstens erst mal eine sichere Bude bauen. Oder irgend sowas, ja. Oh, oh, man levelt... Man, man, man levelt wie man's von dem Mod gewohnt ist, das ist nicht schlecht. Allerdings gibt's jetzt nicht eine extra Sporte oder so. Genau. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, du, du hast gesagt, der Loot ist komplett weg. Ach, das X. Warte mal, das Zeug ist ja auch weg. Was für Zeug? Oder erfüllt sich das dann? Na, diese, diese... Oh, bin Level 2. Ja, siehste. You are now, was? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Fischtrap. Hier, Buddy, du hattest ja gesagt, der Loot ist jetzt komplett weg, weil man das jetzt komplett über das XP-System macht, oder? Richtig, genau. So stand es in der Update-News drin. Da bin ich ja mal gespannt. Das riesigste, was man da vielleicht finden würde, äh, in der Radar-Dings hier, Welt und hier, äh, Airfield und Co. Das würde vielleicht sein, äh, das Fressen-Zeug hier, die Fressenskisten oder wie auch immer da. Ja, das stimmt ja, das... Oh, ich komm ja auch gar nicht auf den Steiner. Hallo? Oh, ich bin Level 2. Nice. Ich hab'n Rock und'n Holzspeer kann ich jetzt bauen. Und ne Fischhäuse. Ne Nackche. Klapp für die Steine! Ja. Und? Steht da dein Name dran? Ja. Ich hab'n nicht Muschi gelesen. Reichen. Was? Ich hab'n kompletten... Was? Bitte. Hä? Ich brauch'n Holz. Holz? Kommst du mit? Holz, Holz, Holz. Ja, ich komm' zu dir. Äh, was retten da rum? Da steht einer. Schwein. Ne, da... Ne, da steht ein Spieler. Am Baum. Geradeaus, wo ich hingucke. Ja, du Sau. Bleib stehen, du Schwein. Scheiße. Brenn doch nicht ins Wasser, du Ochse. Hallo? Da steht ein Spieler am Baum. Bist du besoffen? Nein, ich bin doch nicht blind. Gucke meine Aufnahme, wenn du es mir nicht glaubst. Alter, dieses Dreckvieh. Am Wasser. So'n großer Baum ist das. Klatsch. Und weg. Moment, warte, ich nehm' bloß kurz das Schwein aus und dann bin ich da. Vielleicht ist er auch grad wieder runter vom Server. Ne, sind noch 3 drauf. Ne, 3. Ja, das sind wir und der Russe, der ist aber auf der anderen Seite. Der ist genau auf der anderen Seite der Insel. Der ist genau gegenüber praktisch. Dann ist das ein Bug. Wie gesagt, weil ich seh' dort nen Spieler stehen. Du stehst... Der liegt immer, ja. Oder liegt immer. Ne, bei mir steht der aber. Ja, das Einstecken? Ne, jetzt hat er sich hingelegt. Ja, gut, okay. Jetzt hat er sich hingelegt. Was, Mr... Squisky oder wie? Squisky? Squisky. Squisky. 420. Na da. Bam, bam, bam. Ah, die Bäume sehen auch anders aus, hä? Hier fehlt alles. Also hier fehlt, ähm, dieses Info-Panel fehlt bei uns. Und, äh, dieses, äh, Level-System für die Rohstoffe zum Sammeln. Ja, das mente ich vor, bei mir fehlt alles. Das würde mich ein bisschen ärgern, weil... Ne, Quatsch, das geht trotzdem höher. Ja, natürlich geht das höher. Aber das zeigt's bloß nicht mehr an. Richtig. Weil das ist ja jetzt spielintegriert, denk ich mal. Nehm ich mal ganz stark an. Das ist ja... Okay. Das ist ja der helle Wahnsinn, würd ich mal sagen. Der helle Wahnsinn, aber... Hehehehe. 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 Verdammt, ich hab mal den Timer vergessen zu starten. Hehehehe. Ja, das ist schlecht. Bei mir stehen schon 5 Minuten 20 drauf. 5 Minuten 20, ja. Jaaa. Ohre. Also ich nenn das bei mir die Folge diesmal die Nippel-Show. Trotz Pixel. Hehehehe. Nippel-Show trotz... Oh, da ist ein Wolf. Ich kann jetzt ne Feldflasche bauen, kleines Versteck und eine Spitzhacke und ein Steinpeil und ein Plus-XP. Was? Juckt dich der Wolf gar nicht, oder was? Ich hab kein Bock jetzt nochmal tot zu gehen, ne? Äh, was? Wo Wolf? Ach, Schnauze. Mhm. Das ist meine Hood, du Affe. Hau ab. Hehehehe. 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 Lalalalalalalala. Hehehehe. Kann ich denn nun mal hier irgendwas bauen, Menschenskinder? Also ich kann jetzt schon ne Stein picken und ne Steinball kann ich jetzt schon machen. Hehehehehehe. Jaaa, kann ich. Sooo. Guck mal. Was ist denn Level 3? Ich könnte mir sogar schon... Zwischen Level 3? Jaaa. Ähm, wo ist es denn drin? Tools. Ach, ich brauch... Ach, dafür braucht man die XP. Du musst die erst anlocken. Das ist ja krass. Hehehehe. So, Crafting. Jaaa. Du kannst jetzt nicht ab einem gewissen Level alles freischalten, sondern du hast die XP. Dafür sind die XP zum freischalten, ja. Alles klar. Ja. Stimmt, für die Feldflasche brauch ich. Ja, alles gut. Alles gut. Okay, ich hab's verstanden. Nice, aber gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir gefällt, dass ich schmeiß die Nuss jetzt weg. So. Scheiße. Jetzt ist der Wolf weg. Wenn wir in seine Range kommen. Ach, das... Ach, das kann ich aber instant craften. Das ist ja cool. Ey, wir müssen eh hier rüber. Ja, warte mal kurz jetzt. Ich muss jetzt erstmal kurz instant craften. Ich kann mir ne Nuss craften? Echt jetzt? Ja, das ging auch. Ich hab mir mal Handschuhe gemacht. Mele, keine Hose, aber Hauptsache Handschuhe. Also... Ist ja schon mal ein Anfang. Naja, solange du da nur rummärst. So. Warum hast du denn keinen Steinbeil? Blödfisch. Ja, und es geht mal wieder los. Ups. Leck. Schön. Ja, wenn du willst, können wir ja gleich mal zu der Kuppel rennen, ob da noch irgendwas rumschwirrt, wie Essen oder so, weil ich bin bei 48. Mhm. Ich bin bei 52. Ich hätte jetzt keinen Bock hier zu verrecken. Achso, ne. Ich hab hier Schweinefleisch einstecken. Ich bräuchte bloß ein Feuer machen. Eigentlich. Ich hab ja das Schwein gekillt. Nö, 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 nö. Sind das jetzt alle würde die... Ne, es deckt aber trotzdem über 1000. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier ein bissl... Oh, die Fläche ist blöd zum Bauen hier, finde ich. Dann suchen wir uns eine andere. Guck mal, wir haben doch... Wir gehen mal mehr zu dem Turm dort. Oder äh... Zu der Kuppel? Ich kenne ja hier geradeaus. Da ist ja genau zwischen Kuppel und der... Und der... Oder was ist denn das so? Das Stratement? Irgendwas? Ne, das sieht aus wie das Kraftwerk, oder? Also auf der Map siehts aus mehr wie das Kraftwerk, würd ich sagen. Ja, kommst du mit? Ja, wo... Ach, an... hä? Wie denn jetzt? Welcher bin ich denn? Ach, ich bin der Grüne. Okay. So, da lang. Entschuldigung. Waffer, Waffer. 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 Er ist so kalt. Okay. Ja. Ja, ja. 37. Achso, ich könnte ja mal Schiff trinken. Schwimmt er schneller. Äh, schwimmt er schneller. Waffer. 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 Kann ich jetzt mal Wasser saufen eigentlich? Hier, komm mal her, hast du noch ein Schwein. Ja, ich hab mal kurz ein bisschen Wasser getrunken. Ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Das kriegt jetzt eine rein. Bäm, 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 bäm. Du bist mein, du Schwein. Ach so, ein Dreckschwein. So, ein Dreckschwein. Pilze, ich fress jetzt erst mal Pilze. Mach doch, ich hab Mais und Kürbisse. Yo, Pilze fressen. Oh ey, die bringen ja nix mehr, ey. Die Pilze, das ist ja gar nix. Wir wissen, warte, wir sind weiter hier, Richtung Berghof. Warte mal, was brauche ich denn für ein Knochenmesser? Das müssen wir ganz schnell nachgucken. Ist ja bestimmt... Weapons, ach da brauche ich Level 4. Okay, ja, der hat sich geschissen. Oh, nee, der mault wieder hier, wie ist der eh? Ich würde mir erst mal ne Stelle suchen, wo man bauen könnte. Ja, such doch. Komm mit. Mensch. Bleib mal ruhig, Häschen. Mein Gott. Hast du deine da, oder was? Ich find's schön. Kann das sein, dass die Lichtverhältnisse auch ein bisschen anders sind? Ich find das irgendwie prickelnder hier, muss ich sagen. Achso, nur zur Information. Nalina ist jetzt nicht direkt verhindert, aber sie hat kein PC zum Mitspielen. Falls das jemand sich wundert oder interessiert. Nicht wahr? Gott. Du hättest jetzt so ruhig ja sagen können. Ja. So. Hast du jetzt schon ne andere Stelle ausgeguckt, oder noch nicht? Hab mir schon mal eine ausgeguckt, ja. Aber wir müssen noch mal so ein Stückchen kleines Willowen hier. Willst du jetzt zwischen die Kuppel und dieses Kraftwerk, oder was? Ja, das ist ne schöne freie Fläche. Also ich glaub... Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaub, der Russe hat nicht verstanden, dass es keinen Loot mehr gibt, weil er ist erst mal zum Airfield gerannt. Nehme ich mal an, jetzt ganz stark. Na, was sagst du? Ja, das ist ne schöne Wiese. Ja, und da haben wir auch klein die Kuppeltürte und gerade drauf ist das Atomkraftwerk. Ja, sieht gut aus. Ja, würd ich... Generell, da würde der, da würde der Regenfänger auch wieder Sinn machen. Weil das Wasser ist ja, das Wasser ist ja ein bisschen weiter weg. Und hier können wir auch uns, äh, bisschen ausbreiten und, äh, Zeug hier, also Mauern und so scheiße bauen. Genau, ich glaube... Ne, doch nicht, ne, das ist Holz. Wenn ich das richtig sehe. So, dann würd ich erst mal wieder ein Stück zurückrennen in den Wald und mir erst mal ein bisschen Holz besogen. Tue dies. Weil wir werden Holz brauchen ohne Ende. Ja, ich guck mal, dass ich mir irgendwie ne Hose basteln kann. Hier steht aber noch ne Tonne rum. Dann mach mal auf bei mir, ich hab auch hier ne Grott gefunden. Ich hab ne Tonne. Was ist das? Oh, Schokoladenriegel. Ah, da wird bloß noch Essen drin sein, denk ich mal. Und ein Apfel. Ja, da wird bloß noch Essen drin sein. Ja, ne Fackel, so. Ja, okay. Ja, oder Fackeln halt. Naja, vielleicht ist der Loot in dem Sinne jetzt so nicht direkt weg. Würde ich jetzt mal... Pff, weiß ich nicht. Oh, der dauert, ich ja hochkomme, ey. Der dauert. Kann auch sein, ja. Das ist eigentlich ne gute Idee. Vielleicht ist ja eigentlich bloß nur reduziert. Reduzt? Reduzt. Reduzt, gut. Ja. Ach so, wegen dem Sound. Boah. Leck mich an de Föse, ey. Das gibt's hier wohl nicht. Ja, das ist bei diesem Spiel. Was? Hehehe. Sie wünschen? Was? Hm, genau. Ja, hm. So, schreck dich, Alter. Ist mich ja wohl erschrocken. Meine Güte. Musst du mich erst direkt noch erschrecken, oder was? Hehehe. Was ist das, Alter? So, ab wann gibt's denn ne Hose? Ach, muss ich freischalten. Gut, dann tue ich das. Hose. 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 Nalli lacht sich hier im Hintergrund kaputt, wisse. Also, ich möchte ja wieder hier ein Dings machen, ja. Wenn ihr das sehen könntet, wie sie sich hier Scheckschlacht bei mir im Hintergrund, das ist schon der absolute Hammer. Der Hammer? Der Hammer ist das, der Hammer. Ey, jetzt hast du ja übelste Skins hier für das ganze Zeug. Naja, hab ich doch gesagt. Hier gibt's ne ordentliche Auswahl jetzt, ja, an Klamotten. Und wenn du noch mehr hast, ja, mit den Hosen und den ganzen Kreml... Ach, ich weiß gar nicht, ob du das auch freischalten musst. Oder geht das jetzt über den Workshop? Das... Nee, das ist im Spiel integriert jetzt, ja. Nee, weil ich kann mir aber keine graue Mütze zum Beispiel machen. Ja, natürlich. Die ist doch schon freigeschalten, die graue Mütze. Nee, ne schwarze, ja. Aber keine graue. Das Käppi? Ja, das Käppi. Weil ich könnte mir auch kein Strohhut machen. Nee, das ist noch nicht freigeschalten. Weil es gibt ein, es gibt ein Bushhut, den normalen grauen, und es gibt jetzt noch ein Bushhut als Stroh, und den könnte ich mir auch nicht machen. Na, dann fehlt dir die XP. Ich hab zum Beispiel jetzt ein 0 XP. Ich hab noch 4 XP. Könnten wir jetzt deinen Kilt freischalten und die Holzrüstung für oben rum oder unten. Den Kilt? Der ist doch schon freigeschalten. Nee, ich müsste den mit in XP, ne. Ja, ich bin doch kein Vibe. Hallo, wann mach ich mir Weiberklamotten? Geht's? Jaaaaaaah. Tools. Gut, wir erst mal halt hacken, ja. Spare? Mach ich mir ein Spare? Hm. Ähm, nö. Oder? Nö. Ich will ein Bogen. Ach man, das ist... Lol. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen und tun und ja. Available. You can craft this item if you... Verfügbar ist oder sowas. Ja, aber für was ist jetzt eigentlich die Notiz? Der Zettel. Das ist doch Schwachsinn, oder? Das Ding. Das ist ne gute Frage, ja. Ach, ist mir egal. Ist mir egal. Das ist mir jetzt grad gewusst, ich zieh jetzt mir ne Hose an. So. Und setz mir meine Käppi off. Ist der Bogengrad hinter mir gesporen, wieso? Keine Ahnung, ich war nicht hinter dir. Äh, vor dir. Dass ich hinter dich hätte gucken können. Hm. Das Inventar ist größer, oder? Spex, 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 was? Das Inventar ist größer, oder täuscht das? Keine Ahnung. Du kannst ruhig so reden, dass man dich hört, wenn du schon was sagst. Was? Nix. Wie kennst du das? Bitte was? Sie wünschen? Du meinst jetzt Nalli, oder mit wem redest du? Jaja, ne, ich red bestimmt nicht mit mir selber. Ne, das hab ich auch schon manchmal gemacht, aber... Da geb ich mir immer so blöde Antworten, wirst du? Das ist auch doof. Also ich krieg's ja noch dazu, dass sie so lacht, dass man sie hört. Also, das schaff ich schon noch. Oder später sollte man sagen, Mensch, ich hätte mal auf. Prost. Schmeckt der Wassermelone? Immer. Siehst du, ich hab's geschafft. Möööööö. Sooooo. Aber essen ist ja echt hoch jetzt, hä. Ich bin grad mal bei 210, das ist nicht mehr die Hälfte. Alter, meinst du? XP! 100 waren alten. Ach, mir juckt ihn mal. Wie sauer. Schon wieder. Ne, jetzt sag ich das nicht nochmal, was ich in der letzten Staffel gesagt hab. Also hier musst du echt erstmal formen, formen, formen. Oh, dass du hier hochkommst mit XP und alles. Auf jeden Fall. Das Problem ist nur jetzt... Ja? Vom Bauen her, was brauchen wir? Bauplan oder... Ja, theoretisch. Bauplan und Hammer. Eigentlich. Aber brauchst du für den Bauplan jetzt gewisse Level? Weil ich hab den Bauplan jetzt noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Eben drum, deswegen frag ich ja. Aber nach dem Baum komm ich erstmal auf die Wiese und dann guck ich... Huch, der war schon weg. Ja, meiner auch. Ich will... Ich will... Ich will... Ich vermisse meinen Bogen, ehrlich gesagt. Echt jetzt? Das ist... Geht mir grad ein bisschen auf den... Hm... Hm... Oder brauchen wir jetzt bloß noch den Hammer zum Bauen? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Naja, nicht unbedingt sinnfrei, aber... Hm... Wollen wir unsere Basen wieder zusammen machen oder... Also... Verbinden mich nicht mit den Fundamenten oder... Können wir gerne tun, ja. Ne, hier ist ein Bauplan. Bauplan gibt's noch. Brauchst bloß ein Stück Papier im Inventar. Dann taucht's auf. Ein Fätschen Papier brauchste. Ein Fätschen? Ein Fätschen. Dann kommt das Bauplan-Ding von Jans alleine. Ja, scheiß. So, Puff. Ich hab'n Bauplan. Ich hab'n Bauplan. Du brauchst gar kein Papier. Ne. Ich brauchte jetzt grad Papier, um'n Bauplan zu bauen, ja. Ja? Also bei mir ging's gleich. Cheater. Oh ja, wer weiß. Hacker! So, wo willst denn du nun bauen eigentlich? Hier, wo ich stehe. Da, wo du jetzt stehst. Ach, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich der Grüne bin, alter. Furchtbar. Eigentlich... Eigentlich war ich immer der Grüne. Ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Baseball-Kappe. Soll ich dich mal einbauen? Cools, Jo. Du brauchst aber nicht für alles XP zum Beispiel halten. Ja. Nur für gewisse Dinge. Ja. Geh mir nicht auf'n Keks. Nein. Was denn? Du musst aber aufpassen. Was denn? Naja, wegen der Höhe her. Hier geht's nämlich ganz schön ab, hier. Ja, weiß ich doch. Bleib doch mal ruhig. Ich hätte aber euch hier drüben merken. Was denn? Oh, alter ist das groß. Was denn? Na, weil du zu hoch bist hier und wir müssen doch rü... Wo willst denn du hin? Bist du blöd oder was? Ach, warum wie du denkst? Das ist mir egal. Da baue ich mein Spaß. Was bist du denn so aggressiv? Naja, ähm... Hä? Hast du mal zu viel gefaurelt heut schon, oder was? Nee. Das zieh dich außerdem mit Scheißdreck an. Na, was willst du denn als Standardhöhe? Mann, Mann, Mann. Wolltest du von unten nach oben bauen, oder wie? Nee. Ja, weil du jetzt extra so weit runter rennst. Naja, aber hier passt mehr hin, wenn du das mal richtig betrachtest. Na, wie groß willst du denn du machen? Na, soll das so ordentlich Platz haben für die Häuser und alles? Na, willst du kleine Richt? Wir bauen die Häuser wieder dazwischen und dann können wir hier, ähm... Ach, die zwischen nebeneinander und dazwischen lassen wir Platz für die Öfen. Oder so, ja, das können wir auch machen. Dann müssen wir zweimal zwei Platz lassen, oder? Könnten wir die gleich freilassen, ne? Ja... Zack, 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 Zack. Uh... Zack! Bimbim, bimbim, bimbimbim... Bim 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 Jaja, ich konnte... Oh Gott, irgendwie nicht. Du, weil das Fundament an ist ja übel, Alter. Nö, also ich lasse eins frei bei mir. Wie du's machst, ist mir... So, anders machen. Oder man, wir können's natürlich auch so machen, dass wir... Riesenzeuche, Alter, ey. Jaaa... Dass wir hier ne Mauer, da ne Mauer und dann hier das Haus anfangen. Ja. Kann so machen. So, genau. Und dass wir hier praktisch, ähm... Links und rechts ein Fenster hinmachen und dann dein Haus anfängt, sozusagen. Ist das? Ach so, dass jetzt, wie zum Beispiel keiner an den Ofen auch rankommt. Ja, das ist ne gute Idee. Das ist... Ja, das ist nie gut, ja. Aber da drüben müsstest du mal die Fenster... Ich komm dann hin, das ist rot bei mir. Das ist ja... Das ist gut. Stimmt, muss man hier auch noch bedenken. Stimmt, muss man hier auch noch bedenken. Ich glaub, ich hab gleich kein Holz mehr. Ach so, dann möchte mein Flyer aber... Äh... Mal looken? Was denn? Ach so, ne. Da brauchen wir ja eigentlich keine Tür... Ne, das kann man ja anders machen. Das geht ja anders. Ach scheiße, das wollt... Ich doch nicht. Ach... Und die Tür, die machen wir... Ich hier... Ähm... Ich... Verschwendung! Ähm... Ja... Ja... Sie wünschen? Ich glaub der wird langsam Oll. Da möchten wir aber irgendwo ne Tür reinmachen, oder? Könntste machen. Ja... Könnt mir ja eigentlich hier ne Tür ganz gut vorstellen. Der drüben soll ja deine Bude hinnehmen. Du musst ja.... Gucken... äh... Ich mach meine Tür hier hinter zu. Ja, ich kann ja auch zwei Türen machen. Also von daher... Ja, ja, na klar. Ach, hinten und vorne, das klingt bloß so komisch. Was du da lachst? Den hast du mir immer noch nicht gezeigt. Ja. So, alter, das wurde eine Riesenbude, ey. Ja, mach doch nisch, das ist egal, haben die Platz. Das wurde eine Protzehütte da. So, wird das hier auch noch abstützen? Na, sicherheitshalber. So, le modele. Zack. Ach, warte mal, das könnte ich eigentlich hier anders machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach so, da weiß ich nicht, ob ich an den scheiß Ofen rankomme. Hehe. Jo. Sechs Holz und ne Gitter. Wie viel Holz hab ich jetzt noch? Ähm. Genau, so, jetzt bin ich Level drei, XP vier. Ich konnte doch schon Türen bauen. Wieso kann ich die jetzt nicht machen? Ach, weil ich kein Holz mehr hab. Ich baue Holz. Jetzt. Musst du was sammeln? Ja. Wo die? Mach ich Grei. Glei. Grei. Grei. Ja, mach mal Grei, genau. Glei. Mensch. Na ja, mach mal Grei. Ach, das ist blöd. Ich mach mir hier jetzt noch ne Tür hin. Ich hab mir jetzt noch 10900 Holz einstecken. Noch. Boah, Alter. Willste ne Tür haben? Ich hab noch eine offen. Was hast du noch eine offen? Ja, ich hab noch eine über. Ach so. Was denn hätt ich jetzt gesagt? Musste zu machen. Ja, sofort. Ich brauche noch ein bisschen Holz für selber. Ein bisschen. Weißt du? Haust du? Ich baue die dir schon mal ein, ja. Overlay, haust du. So. Wer war denn eigentlich der Typ, den Maffis das letzte Mal angeschleppt war? Hieß der nicht auch? Over? So. Ich glaube fast. Wie viel Holz hab ich jetzt? 2000. Ne, ne. Brauchen wir noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen brauchen wir da noch. Oh, jedes Mal erschreckst du, wenn du die Scheiße machst denn? Aber bei Woodcutting bin ich schon Level 13. Kann das sein, dass ich das gar nicht, dass das Level noch Bestand hatte? Das geht weiter, ja. Das levelt trotzdem weiter. Schade, dass Nelly nicht da ist. Sie hätte da Level 30. Die hat ja ordentlich gelevelt, ja. Ja. Also gesammelt, ja. Und das ist ja logisch, dass dann hier... Hm. Hab ich gesagt, das mit dem XP-System wurde endlich mal Zeit für mal. In meinen Augen wurde das endlich mal echt Zeit. Dass das mal reinkommt, ja. Aber durchs Farmen wird man auch nicht irgendwie schneller. Also jetzt mit Levels. Keine Ahnung. Also hab ich den Eindruck, weil irgendwie bin ich jetzt schon seit einer gefühlten Stunde Level 4. Also gefühlt ne Stunde. Hm. Stabilität 36. Oh Gott, oh Gott. Kann man die nicht auch irgendwie ausschalten? Keine Ahnung. Ich brauch's nicht. Ich baue einfach paar Wände drunter und dann passt das schon. Jippie. Schönes Haus. Knallt der mir ne Tür rein hier. Hahaha. So. Ähm. Quatsch. Ich wollte jetzt... Ach, na eben. Hm. Hm. Ich könnte ja auch... Uh. Ich könnte ja auch... Ja, warte mal. Das mach ich auch. Ach, das sieht... hier sieht das doof aus. Wo mach ich denn das? Hm. Hm. Was? Wie? Was? Hä? Bitte? Sie wünschen? So, jetzt warte mal. Achso, ich brauch erst mal den Hammer. Jetzt warte mal? Mach jetzt mal ein Loch in die Wand. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Achso, dann müsste ich das aber vielleicht noch mal ein bisschen abändern, ne? Ne, Quatsch. Da ist die Seite ja Käse. So, das wäre jetzt natürlich... So. Also, das ist jetzt Rast Episode 1 Staffel 2. Sehe ich das richtig? Bei dir, ja. Ja. Genau. Ja. Und bei dir ist es Episode 1 Staffel 3. Richtig. Ich hab doch bestimmt schon dreimal nachgefragt, aber... Ja, das sind solche Klinigkeiten, die merkt man sicher nicht, also von daher... Na genau. Ja. Versuchen. Achso, ich brauch ein Offen. Oh, da brauch ich 5! Achso, Level 5 brauch ich dafür. Ja. 5 XP. Was, du brauchst 5 XP? Ne. Naja, ich brauch 5 XP, genau. Ich brauch jetzt erstmal ne Doppeltür. Ja. Ja. Ich hab mir erstmal ne kleine Kiste freigeschalten. Ich mach mir erstmal nen Schlafsack fallen. Schlafsack mit... Das ist eine Judi-Idee. Hä, wieso kann man die nicht aussuchen? Was? Die anderen Schlafsäcke hier. Sag ich doch. Vielleicht geht das über den Workshop. Jetzt. Was? Ähm. Ich stell mal einen her. Mal sehen, ob's dann geht. Los. So, wo ist... Äh... Zeppi... Zeppi sein, äh... Tigerfell... Das sieht aus wie so ne Transvestiten-Kricker, Alter, ey. Wo war'n der Schlafsack jetzt drin? Wie blöd. Unter Items. Aaaaach... Ja. Äh, was? Alter, was ist das für Scheiß? Naja, das hat Zeppi immer genommen. Diesen Getigerten da. Aber bei mir ist das alles grau. Bei mir ist das halt gar nicht so hell wie der Erste. Die kleine Schwuppe. Ah, mir fehlt das Dorf. Ach, scheiße. Mir fehlt das Dorf. Heiße? Ich tu dir gleich was in die Kiste. Achso, du hast ja ne Sprache. Ich... Neee, ich habe nix. Warte, es ist... Es hol was. 70 Stoff habe ich. 70. Es hol was. Hier muss ja irgendwo das Dorf rumzwern. So ein bisschen... So ein bisschen wenigstens, ja. Jajajaja. Ah, hier ist Stoff. Guck mal. Hier ist ne Stoff... Stofffallerlanze. Stofffallerlanze? Stofffallerlanze. Das ist genau wie... Weißt du, weißt du, was Menalli heute gesagt hat? Weißt du, was Menalli heute gesagt hat? Sie mag das Wort Mumpeln. Mhm. Fand ich... Fand ich richtig... Fand ich richtig niedlich. Ich hab gefragt, das Wort Mumpeln oder Mumpalen? Ist egal. Ja, genau. Herzlichen Glühstrom. Was? Mumpeln. So. Oh, ich will meinen Bogen. Das ist irgendwie low hier. Echt. Ich hab schon wieder... Ich hab schon wieder neuen... Pflanzensamen. So. Pflanzensamen. Ja, das klingt trotzdem... Oh ne. Das klingt trotzdem... Tja, Leute. Entschuldigt diese Stummschaltung. Aber... Da ist wohl jemand in unseren TS-Channel reingeplatzt. Der da nicht hingehört. Und hat ein bisschen was erzählt. Und wollte dann aber im Endeffekt nicht, dass das auf YouTube gehört wird. Also bitte ich dies zu entschuldigen. Und... Ja. Geht gleich nochmal weiter. Also... Ja. In diesem Sinne. Viel Spaß weiterhin bei der Folge. Danke für euer Verständnis. Äh... Ach süß, ich wollte mir ja einen Schlafsack machen. So, wegen was wollt' ich någuck'n? ich hab den auch gar nicht reinkommen hören? Wieso ist das denn deineriviert? Ich aber auch. Ich aber auch nicht. Ach es ist ja, wegen Bogen, genau, dankeschön. Ähm... Tzttt! Weapons... Hä-hä? Ey, fürn Messer brauch' ich 5 xp! Willst du mich verarschen? Ism More Rehe Vote Cansame ich jetzt mit. Achso, da kann ich mir auch gleich mal eins machen, ich Dussel. Ähm, Crafting... Messer? Achso, gut. So. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Der hat schon den zweiten Stock. Ah, jetzt vorab. Der hat schon den zweiten Stock. Gut. Ja, was? Määh, ein Schädesmal, wenn du hier ins Spiel reinkommst, wieder. Warst du, warst du... Ah, das geht einfach nicht. Warst du, warst du, was? Was denn? Warst du grad weg? Nee. Weil du gesagt hast, irgendwas mit ins Spiel reinkomm und so? Achso, ja, gut. Stein. Eieiei, Stein. Also irgendwie müssten wir noch ein Schild an den Channel hängen, das dann... das dann irgendwie angeht, wenn da... wenn wir grad aufnehmen. Weißt du wie? So, ne rote Lampe oder so. Steh... Was? Oh, ich hab kein Stehen mehr. Pfff. Tja, oll. Hä? Achso, dafür hat's noch gerecht. Ähm... Das da. Tor. Tor, Tor. Hä? Was? Wieso? Hallo? Jetzt. Nee, so. Geht's jetzt richtig rum? Ja, gut. So, dann setz ich mir... äh, mein Lagerfeuer. So, sorry, dass ich grad mal kurz... ganz kurz abwesend war. Ich musste mal schnell jemandem was schreiben. Ähm... Und zwar demjenigen, der hier grad in... ...sch... ...hat sich hier so etwas leicht verlaufen. Kann das sein, dass das Server ein bisschen rumspackt? Oder liegt das amal noch? Nö, bei mir spackt nischt. Ja, bei mir hat's grad ein bisschen gez...z...z...zittert. Aber es scheint wieder zu gehen. Fünf und da... Nee. Ach, du machst schon Steine, ja? Ja, ich hab gleich jetzt Steine gemacht, ja. Zwölf... Naja, egal. Ist ja auch real. So. Keine Steine mehr? Hat jetzt ein Fundament meine ganzen Steine verbraucht, ja? Ich hab keine Ahnung. So, hier hab ich aber gar nicht mehr. Was ist da? So, da klatsch ich die Tür jetzt aber weg, weil... Ich meine... Hm? Und so? Was? Wieso? Äh... Hast du... Hast du... Der hat mich da jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich wollte. Hast du hier irgendwie schon einen Schrank gesetzt oder sowas? Ach nee, gut. Ja, mein Inventar spackt grad rum. Alles klar. Okay. Na gut. Egal. Einen Schrank gesetzt? Nee, das siehst du ja. Normalerweise. Ja, stimmt. Das ist richtig. Dann müsste ja dann unten dastehen, hier ein Baumenü. Ja, weil irgendwie spackt mein Inventar grad rum. Mein Baumenü. So nach dem Motto. Wird das an, dass es an deiner Leitung liegt manchmal? Ich frage sie mal. Ja, möglich. Kann sein. Ja, genau. Ohne Worte. Was denn? Bitte? Sie wünschen? Sprechen Sie sich aus. Ja, wie gesagt. Sorry, hoffe ich fürs rauswischen, aber... Aber trotzdem schön, dass du da warst. Also, ich hab's genossen. Ja. Falls du das Video mal gucken solltest, ähm... Frühstens morgen. Spätestens morgen. Spätestens morgen. Je nachdem, wie man das sieht. Ja, im Prinzip bleibs ja bei spätestens morgen. Das war jetzt nicht böse gemeint oder so ein wenig rauswischen, aber ähm... Ja, normalerweise im TS sieht man eigentlich diesen Let's Play Channel. Und wenn wir hier drin sind, nehmen wir auch was. Ja, generell eigentlich schon. Deswegen sag ich ja, normalerweise fehlt noch... Deswegen sag ich ja, normalerweise fehlt noch, sobald die Aufnahme angeht, müsste eigentlich noch so ein Licht angehen, nicht reinkommen, bitte. Oder sowas. Das war aber gut ein gutes Ding, ja, jetzt. Ja, wie kam ran? Okay, die war tot. Das war schon nicht schlecht, ja. Ich fand das auch fetzig. Das muss ja ich sagen, ja. Die Stäne sammeln, aber es wird schon ein bisschen dunkel, ja? Langsam leicht, ja. Ähm, ja, mit der Zone weiß ich nicht. Entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wir müssen mal eine Zone erstellen. Wir machen aber bloß eh eine Zone. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Und in der Zone machen wir nur Autolights. Können wir tun, ja. Level 5. Weil... Ja, ich bin immer noch Level 4 am Anfang. Ich kann jetzt einen Ofen. Einen kleinen. Das ist super. Und eine Machete. Alter, geil. Dann kannst du mir mal bitte einen Ofen mitmachen, ja? Kann ich tun, wenn ich das Gelumpe dafür habe. Gut, alles klar. Das Gelumpe. Dann kannst du noch von mir kriegen. Ja. Das war's. Du kannst mal... Achso, nee, kannst du ja nicht gucken. Entschuldigung. So, warte mal. Ich brauche für den Ofen. Was brauche ich denn für den Ofen? Wo war denn der Ofen? Bei... Items. Freischalten. So. F... Fünfzig einfache Brennstoffe? War das so viel? Och, immer noch kein Bogen. Alter. Hm. Mono. Fünfzig einfache Brennstoffe? Moment. Inventory. Oh, wie viel kriegt der jetzt raus? Ach, Quatsch. Bin so doof. Kannst du irgendwie anders machen? Äh. Gut. Hobi schreibt mir grad, der möchte das bitte rausgeschnitten haben. Echt jetzt? Ja. Muss ich das jetzt auch noch rausschneiden? Ähm. Also mit dem Rausschneiden, ähm... Schwierig. Ja. Schwierig. Das wird echt schwierig, du. Schwierig. Sieh's mal so, Hoffi. Du kommst auf YouTube. Vor allem, äh, passt das ja gar nicht. Wenn wir das rausschneiden, mitten in der Mitte beim... Direkt beim Spielen. Ja. Das ist... Deswegen sag ich ja, schwierig. Das ist ja wie... Das ist ja wie, als würden wir dann, äh... Zwischen der Offnahme, Offscreen, ein Haus fertig bauen. Das ist, ja. Also... Schwierig. Also man könnte es höchstens so machen, dass wenn Hoffi... Dass wenn Hoffi spricht, dass man das generell richtig leise macht, dass man's nicht hört. Die... Für die Dauer. Ist halt zwar blöd fürs, äh... Für die Folge, aber... Ja, wie willst du denn das machen? Die Tonspur einfach mal leiser machen, dann wieder lautern? Ja. Ja. Zum Beispiel. Das musst du mir mal erklären, dann, wenn ich so weit bin. Zum Beispiel so, wie ich mein Intro leiser mache. Könntest du das Stückchen, was Hoffi jetzt hier flucht und von sich gibt, Könntest du im Prinzip so leise machen, dass man's nicht hört. Und dann, wenn Hoffi... Wenn der Hoffi rausswitcht, könnte man das wieder auf normale Lautstärke setzen. Oder ab da dann... Der normale gewollte Lautstärke weiterlaufen lassen. Aber schneiden ist echt schwierig. Das Blöde ist bloß... Weil, das Aufnahmeprogramm hat ja nur eine Spur. Da gibt's ja keine extra Tonspur. Ja. Also wird für die Zeit, was Hoffi hier rumflucht, wird dann eben im Prinzip kein Ton herrschen. Das wird halt Totenstille sein. Das ist halt das andere Problem. Ach, Mensch, eh. Oder man... Macht ein Lala drüber. Also so... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Das könnte man machen, ja. Könnte man natürlich, würde ich sagen... Da machen wir, äh... Eine extra MP3 fertig, die wir dann in... Die Zeit dort, wo die ist, einbinden. Ja, genau. Alter, das wird ja jetzt richtig schwarz. Das wäre natürlich, ähm... Erstens mal nicht so offwendig. Und zweitens mal auch, äh... Für mich, äh, einfacher. Für die... Ja, im Prinzip, im Prinzip könntest du es ja auch so machen. Alter, ich quatsch wieder in Müll zusammen. Das geht auf keine Kuh, Alter. Einsicht. Buddy. Buddy. Einsicht und so. Boah, weiß Bescheid. Sorry. Was? Nichts. Alles gut. Was? Wir haben uns alle lieb. So. Ähm... Weißt du, was man aber noch machen könnte? Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ja, sorry. Ich bin grad wieder, ähm... Das ist scheiße hier. Ich mach in Zukunft das Handy aus hier. Alles, was hier stört, aus. Wird ausgemacht. Weil das ist kacke hier. Wenn da einer schreibt, du wirst dann nicht fertig hier. Ja? Ach, verflucht. Sie haben es jetzt. Sie haben es jetzt. Sie sind soweit. Ey, ich musste denen jetzt mal schreiben. Sorry, aber wenn meine Stimme drauf ist, will ich nicht, dass es online geht, schreibt er. Ja, das ist... Wie gesagt, man könnte in... Wir haben ja auch nicht damit gerechnet, dass ihr aufnehmt. Also, wenn ich hier im Channel bin, nehme ich nur auf. Bitteschön. Wollte ich grad sagen. Wir haben einen extra Channel bei uns im Teamspeak eingerichtet hier. Für Let's Plays. Eine extra Ecke. Ja, und... Das ist natürlich blöd. Aber natürlich ist es auch doof, wenn ein Admin hier rein kann. Ja, das ist natürlich... Das ist die andere Sache. Ein bisschen... Bisschen tof, sagst du mal. Tof, tof. Äh... Ja, aber generell weiß er es eigentlich. Normalerweise schon, ja. Ich setze einfach eine Tonspur drüber und fertig ist. Ich hab's jetzt geschrieben, ja. Das sehen wir uns. Wetter kommt doch klar damit, weil nochmal, äh... Ja... Mach ich nicht. Ne, da hat er Pech gehabt. Sorry. Äh, das... Ja, aber es ist ja wieder extra Arbeit für uns. Musst's ja mal so sehen. Holzkohle. Was? War das hochwertiges? Oh. Echt? Ja, wer lesen kann und so, war? Weck hier. Kannst du noch einen Ofen bauen? Geht das? Ähm... Ach siehste, das war es noch. Äh, ich bin kleiner, mal Stehne holen. So, Moment. Warte. Kurz. Wie viele Stehne brauch ich für das Scheißding? Hab ich es gar nicht. Äh, äh, äh. 200 für ein Fundament. Ne, für den Ofen. Dachte ich, wolltest du haben. Das auch, ja. Wo ist denn jetzt der Ofen? Was braue ich denn? 200 Stehne für den Ofen. Okay. 200 Stehne. Und hier sind keine mehr. Na, na, scheiße. Das verbrennt mein Fleisch wieder. Hier, die Fundamente. Hm? Die Fundamente, äh, die Stehne aufwärten. Mach erst mal die Fundamente, die hier um das Loch drumrum ist. Ja. Besser? Ja. Sonst kann es passieren, dass hier irgendwelche Leute herkommen und dann hier, äh, hochhüpfen und uns das Zeug aus dem Ofen klauen oder wie haben wir. Und das will ich eigentlich... Ach so, du meinst wegen unten drunter durchkrabbeln, ja. Genau. Richtig. Ja, ja. Ja. Das wäre schon natürlich erst mal am besten. Und hier, wir stellen uns Schränke, da müssen wir auch noch hinstellen. Ich mach mal einen. Mach mal einen, ja. Ich registriere mich dann. Genau. Ich stelle mich dann zur Wahl. So. Stell dich dann mal zur Wahl. Oh, eine Minute, elf, alter. Naja, wir haben mal Zeit. Was? Eine Minute, was? Elf? Zum Craften des Schranks. Ach so, ja. Ja, der braucht generell immer ziemlich lange, ne? Ja, ich mach die Tür vor der Nase zu, ey. Eins, zwei, drei, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was soll das jetzt aber generell lesen, dass man sich dann Waffen auch selber bauen kann, irgendwann? Mit dem... Du kannst die freischalten mit die XP, ja. Cool. Das gibt nichts mehr zu suchen und zu machen. Deswegen, äh... Ich weiß ja nicht, wie das nun ist, wegen dem Airdrop besser. Ja, vielleicht ist da auch bloß was zu fressen oder ein paar Mumpeln drin. Möglich, ja. Oder für, oder für gewisse, äh, für gewisse Dinger, ähm, Teile. Wie für das Turret oder so. Hm. Naja. Werden wir dann sehen, wenn wir mal... Weil ich glaube, weil ich glaube kaum, dass du eine Überwachungskamera irgendwie bauen kannst oder ein Laptop. Wenn du jetzt weißt, worauf ich hinaus will. Naja, das kannst du aber trotzdem freischalten. Nicht bauen, freischalten. Ja, äh... Das ist alles jetzt zum freischalten. Hier ist nichts mehr zum Bauen. Außer das Haus natürlich. Ja, aber Craften ist ja auch Bauen. Also Herstellen. Und dafür brauchst du ja, für das Turret brauchst du ja einen Laptop und... Ne, was war das? Ja, doch, Überwachungskamera und einen Computer. Und wie willst du denn den Computer bauen? Das meine ich jetzt, dass vielleicht solche Teile im Airdrop drin sind. Was du zum Fertigstellen brauchst, weißt du? Für gewisse Dinge. Ja, 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 ja. Da ist noch ein Stein. So, dein Ofen ist in Arbeit. Und ich glaube, bei mir sieht man wieder nichts. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Licht? Der Weile geht da hinten der Mond auf. Hm, okay. Also mit Tiere töten kommt man schneller voran, hab ich festgestellt. Naja, ist mir schon klar. Man braucht natürlich erst mal einen Bogen. Ja, den gibt's ja immer noch. Nicht mit Level 5. Alter, das ist f-f-fenster hier. Ja, das ist ziemlich finst. Und hier ist schon wieder schlau. Da. So. Dann gucken wir mal, wenn wir gucken, was es zu gucken gibt. Juhu. Äh. Äh. Ach, hier meinst du? Okay. Oh, jetzt ist es... Oh, Alter, ist das dunkel. Ich brauch Licht. Richtig fit, so wie ein Bärenarsch. Ach so, jetzt musst du mich erst mal an deinem Schrank registrieren. Ja, dann komm, Renno, mach. Äh. Wo bin ich denn? Ja. Ah. Plus. So. Na, hier geh ich jetzt nicht lang. Lalalalalalalala. Äh, ja. Das war jetzt auch lustig. Lachst du? Ja. Ach scheiße, warte mal, die Kisten müssen weg hier von den Fenstern, ey. Ja, das wäre nicht so... Oh, Alter, ist das finster. Warte, ich mach hier was anderes hin. Mein schönes Fleisch. Ach, zwei sind noch drin. Na, super. Äh, wieso kann ich jetzt... Hä? Hä? Oh, hier packt er aber ganz schön was rum, du mein lieber Scholli, ey. Deswegen sag ja, das... das komische Bauinventur bei mir ist auch komplett rot, also... Komplett rot, wahr? Ja. Ach so, dein Ofen übrigens, ähm... Entschuldigung. Left server? Weil? Ach so, du willst was gucken. Ja, alles klar. Wo hast denn du deine Kiste? Da... Da liegt sie. Oh, über sie herfallen. Über sie herfallen. Hast du rausgeflogen? Vom, vom Sofa? Ja, du, du liegst hier vor mir, ja. Hä, wieso das? Keine Ahnung. Bei mir stand da Buddy Left und jetzt bist du weg. Oh, jetzt hab ich schon Time Out gehabt. Ach, na prima, ey. Das kommt ja richtig gut, ey. Ja, wenn du dich dran erinnerst, hatte ich auch schon mal einen Game Crash. In der vierten Folge der letzten Staffel. Ja, Time Out ist ja kein Game Crash. Ja, ich sag ja nur. Aber sowas ähnliches hatte ich auch schon. Oh, Mann. Naja, gut. Müssen wir durch als Leuch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Alter, ich trau... Ich tu mich recht herzlich und ganz viele Male entschuldigen dafür. Dafür kann ich leider nichts. Das ist nun, ähm... Liegt nun an meiner... Ja. Beschissene Leitung. Was, du und eine beschissene Leitung? Ja, du merkst ja, ich hab ein Time Out gehabt. Da war das Internet weg. Ja, das passiert. Schreibst du zu, wenn es mal ganz kurz ist los. Ja, die Leute werden es dir nachsehen. Denk ich mal. Na, ich hoff's ja. Uh. Kriegt dann nur Drohbriefe, Droh-E-Mails und alles. Ach ja, na freilich, na sicher, na klar doch. Wer weil die aber die ganze Zeit nichts anderes zu tun haben, wisse. Ja, natürlich. Ja, also... Keine Ahnung, nee, nee. Also, wie gesagt, sorry nochmal dafür und... Es geht schon weiter. Wir sind wieder da. Und... Auf geht's. Hast denn du den offenen reingetan, ne? Ja, in de Kiste. Wo de da vorlag. Die rechte Kiste. Vor... Jo. Abschen, abschen. Dingsbombs. Okay, cool. Ja, ja, kein Problem. Alle, die. Dafür hat man doch Freunde, wisse. Fängst du jetzt auch schon an. Mhm. Was? Hast du gerade was kaputt gemacht? Ja. Keine Angst, das wolle ich jetzt. Ach nee, das braucht Schatten. Okay, gut. Also, mal ehrlich, wenn der Server kein Timeout hätte, oder irgend sowas, dann bin ich eigentlich noch nie vom Server geflogen bei Rast. Naja, vielleicht hängt da so ein bisschen alles mit dem Patch zusammen und so und... Naja, das ist gut möglich, ja, dass die das nochmal ein bisschen nachpatchen. Die... kaputt patchen, in dem Sinne. Das Problem ist bloß, ich brauch Steine und ich hab keine mehr. Das ist... Mist. Jetzt ist meine Fackel auch noch im Arsch. Im Arsch? Mann. Ich könnte ja gerade knurren. Genau. So. Jetzt sind wir schon bei 55 Minuten, weil ich das jetzt richtig sehe. Ja. Gut. Ich würde denken, ähm... Hast du deinen Schlafsack schon? Nein, ich wollte jetzt noch schnell einen zweiten Stock machen und dann meinen Schlafsack setzen. Mach das mal, weil ich würde denken, wir tun die Aufnahme erstmal beenden. Das wird natürlich eine Special, Special Folge, die natürlich wieder fast eine Stunde geht, oder gut eine Stunde. Ja, und bei mir vier Stunden zum Hochladen dauert, braucht und so, ja. Ja, ja. Das ist ziemlich heftig, ja. Das ist natürlich blöd. Ist ja nicht schlimm. Ich mach dann heute einfach mal ein bisschen länger. Ich muss ja noch was anderes machen. Genau. Ich bin jetzt zwar Level 4, XP4 hab ich jetzt. Und ja. Ja, sag mal, wie ist denn das jetzt? Also, Decay ist jetzt völlig weg. Oder wie? Ich hab das Decay jetzt eigentlich ausgeschalten, wenn das klappen sollte. Aber du musst hier... Achso, wegen der Fundamente, oder? Ja, das mein ich jetzt. Na da. Okay. Mach mal anders. Pass auf. Ja. Lass mal erst mal mit die Fundamente. Gut. Genau. Mach erst mal ein Dach drüber und leg dich dann irgendwo in der Ecke. Äh, Shit, jetzt hab ich mal eine Treppe zugebaut. Fuck. Ich... Verdammt mich, der Hacke. Was ist heute los? Hallo? Kapott. So. Siehst du, was ich vorhin meinte, mit einer Stunde ist nicht viel? Also... Ja, ist... Ja? Ist ja richtig. Ja, ja. Hast schon recht. Eine Stunde ist nicht viel. Aber eine Stunde ist auch nicht wenig. Für... mich. Ja, von der Aufnahmezeit... Äh, ja, von der... Kräuse der Videodatei nicht. Nein. Ach, scheiße, jetzt hab ich das verkehrt gemacht. Seht ich gerade. Jetzt hab ich das verkehrt gemacht, jetzt gerade. Weil wenn, dann müssen sie doch ein bisschen gleich aussehen. So. Buff, buff. Also, ja, 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 ja. Sie wünschen? Ich glaube, sie sind falsch verbunden. Ich habe jetzt kein Holz mehr. Alter, echt. Es ist nicht möglich. Kommt zu mir rüber. Hast du noch Holz oder nicht? Ja, ich hab noch Holz. Alles gut. Ich denke nicht. Wer steckt dort nicht drin? Ich steck da doch auch nicht drin. Achso. Und dreh mir jetzt da kein Strick draus, alter. Du hast jetzt dein Haus eh zwar davor gemacht, wa? Weil ich hab das nämlich wieder abgerissen. Die Wand bei mir? Ja, ich weiß. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Kann ja jeder so bauen, wie er gerne möchte. Das ist ja jetzt nicht... Jaaaa... ...regeln. Äh... Jaaaa... Jetzt wird schon wieder helle. So, bist du dann mal fertig, oder? Ich bin soweit, ja. Sonst können wir nämlich erstmal die Aufnahme wenden, weil... Moment, nur noch klein. Zack, zack, zack. Ja, das kannst du ja in der nächsten Folge weiter. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Die nächste Folge kommt ja dann schon... So. Morgen. Morgen? Ja. Morgen. Ist heut schon heute oder ist noch heute gestern? Wir haben schon heute. Haben schon heute? Ja. Verflucht. Es ist jetzt... Gerade ist es 0 Uhr 8 bei uns. Und... In der Aufnahme. Und ähm... Ja. Die Folge kommt natürlich auch gleich auch heute raus. Also später. Am Tag. Ja. 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 Irgendwie hat der... Ja. Ne. Keine Ahnung. Ja. Leute. Wenn's euch gefallen hat. Dann... Buddy, bitte. Genau. Wenn's euch gefallen hat. Ähm... Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ein... Äh... Oder ein Like. Quatsch, schon wieder nur den hier. Genau. Ich merke das schon nicht. Ich muss jetzt nass. Mhm. Ja. Und ansonsten, ähm... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen wieder. Ja. Genau. Also von mir auch. Däumchen Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.